Hallo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr, sehr später Upload, weil ich jetzt gerade, es ist halb neun, erst dran sitze. Aber ich habe die letzte komplette Stunde damit verbracht, nach einem super anstrengenden Tag, lieber geht an meine Arbeit raus, habe ich damit verbracht, den Livestream von Treyarch zu gucken, so dass ihr heute Abend noch alle Infos bekommt für das nagelneue Update, was morgen um 18 Uhr bei uns in Europa Online geht. Mit allen Änderungen, die sowohl in dem Update morgen vorkommen, als auch das, was geplant ist und in den nächsten Tagen kommen wird. Ich habe für euch alles mögliche an Infos extra aufgeschrieben, so dass ihr heute ins Bett gehen könnt und euch auf morgen freuen könnt. Lasst uns einfach bei der Zombie Community anfangen. Danach gehen wir auf die Änderungen, die wir in Blackout haben, auf die neuen LTMs, das heißt die Limit Time Modes, also die Zeit oder die Modis, die immer nur eine bestimmte Zeit online sind, so wie zum Beispiel der Ambush, also der Überfallmodus. Danach kommen wir zum Multiplayer und da haben wir für CWL einiges, da haben wir eine neue Map, die wir bekommen, da haben wir Waffenpatches, die wir bekommen, da haben wir den Barebone Modus, der kommt und ich werde euch das alles jetzt heute erzählen. Ich hoffe, wir kriegen das so einfach, verständlich und schnell wie möglich hin. Zuerst, Ancient Evil ist der neue Zombie, nicht Modus, aber Zombie Karte, Zombie Map. Viele Leute haben schon seit Wochen danach gefragt, jetzt ist es dann endlich da. Sie haben bei Treyarch heute, waren extra die Entwickler in dem Livestream, die für den Zombie Modus zuständig sind, haben heute zugegeben, dass sie in den letzten Wochen sehr, sehr viel Feedback von der Zombie Community bekommen haben und haben zugegeben, dass sie tatsächlich unterschätzt haben, wie viele Leute im Prinzip die neuen Call of Duties ausschließlich kaufen, um vielleicht mal hier und da eine Runde Multiplayer zu spielen, aber insgesamt Zombie Fans sind. Das haben sie sich zu Herzen genommen und haben gesagt, dass in den nächsten Wochen bis zur nächsten Operation, die in 38 Tagen beginnt, einiges an neuen Möglichkeiten für die Zombie Community kommt. Explizit, was nach Ancient Evil kommt, haben sie nicht preisgegeben, das durften sie wohl noch nicht, aber liebe Zombie Fans, auch wenn ich keinen Zombie spiele, ihr habt eine Menge Sachen, die auf euch zukommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das nur als kleine, ich sag mal, Neben-Gimmick für Zombies, weil von Zombies habe ich leider keine Ahnung. Wenn ich darüber jetzt spreche, dann lacht ihr mich aus. Wichtig erstmal für Blackout. In Blackout gibt es eine Änderung, die hat David von der Haar selber im Livestream gerade angesagt, über die er von Activision aus noch nicht sprechen darf, die eine komplett eigene Ankündigung mit einem komplett eigenen Update bekommt. Seine Worte waren wortwörtlich, diese Änderung für Blackout ist das Größte an dem er jemals in einem COD gearbeitet hat und verdient mehr als nur ein Update. Es wird signifikant alles Dagewesene in den Schatten stellen. Was das an jetzt am Ende bedeutet, kann ich nicht sagen. Man muss abwarten und gucken, was das Ergebnis von dem Ganzen ist. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Dazu bekommen wir in Blackout jetzt die Möglichkeit, mehr und neue Zeitmodi zu bekommen. Das heißt, Modis, die nur eine gewisse Zeit da sind, die man so 3, 4, 5, 6, 7 Tage spielen kann, die immer irgendwas Spezielles bedeuten. Einer dieser Modi wird zum Beispiel Ambush 2.0 sein, so hat er es genannt. Und dann sagt er, eigentlich ist es nicht 2.0, es ist komplett überarbeitet. Also Überfall. Für die, die nicht wissen, was das ist, im Blackout gab es den zeitbasierten Modus Überfall, so dass man die Möglichkeit hatte, nur mit Nahkampfwaffen, Nahkampfwaffen, also Messern und sowas, Sniper-Gewehren und ich glaube, Granaten zu kämpfen. Das Problem war beim ersten Mal, dass viele Leute sich deshalb einfach, weil mit einer Sniper kann man niemanden nicht gut treffen und mit einem Messer, wenn er fährt, auch nicht, die haben sich halt im Prinzip, um die Runde zu gewinnen, einfach in Autos gesetzt und haben Leute überfahren. Sie haben gesagt, das Feedback haben sie mitbekommen, sie haben da Fehler gemacht bei der Entwicklung von dem Ganzen und haben dementsprechend sich jetzt darum gekümmert, dass der neue Ambush-Modus dieses Problem nicht mehr innehaben wird. Das heißt, dieses Problem werden wir jetzt nicht mehr haben. Im neuen Ambush-Überfall-Modus wird es keine Autos mehr geben und man ist davon weggegangen, dass man Granaten zum Beispiel werfen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein riesiger Vorteil, einfach weil dann wirklich das Spielprinzip wieder näher rangekommen ist. Und zwar Only Sniper spielen, was viel, viel mehr Spaß macht. Viele von euch, wir haben eine große Sniper-Community, für euch habe ich im Multiplayer auch noch ein, zwei Sachen, werden sich da mit Sicherheit dran ergutzen können. Wir haben noch viel mehr Infos dazu. Und zwar, weil wir im Blackout-Modus gerade waren, schließen wir auch damit ab. Im Blackout-Modus werden nach wie vor neue Spielcharaktere mit der neuen Operation reingebracht, die in Zukunft auch nicht mehr nur durch den Schwarzmarkt erspielbar sein sollen, sondern durch Winstreaks, die man in Blackout erreicht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Runde gewinnt, bekommt ihr den und den Charakter. Wenn ihr drei Runden hintereinander gewinnt, bekommt ihr den, den und den Charakter. Das geht, glaube ich, bis zu einem Maximum von irgendwie zehn Siegen innerhalb von 24 Stunden oder sowas, wo ihr dann irgendwie das Maximale rausbekommen könnt. Das soll so ein bisschen der Ausgleich sein von Activision und Treyarch dafür, dass eben viele Sachen aktuell nur freispielbar sind, wenn man sie über die Reserven oder den Schwarzmarkt erhalten hat. Dazu bekommen wir, das sollte es für Blackout erstmal sein, für die ganzen CWL-Jungs von uns. Sehr, sehr interessant für euch. In CWL, also im Leagueplay, wird sich vieles ändern. Das allererste, es wird eine neue, ich sag mal, Force Division geben. Diese Division wird ganz klar einteilen, die ersten 2% der Leaderliste, die ersten 10%, die ersten 20%, die ersten 30%, die Top 50%. Diese Leute, die in den ganzen Divisionen, in diesem Bereich sind, mit ihren Skillfähigkeiten, also Punkte pro Minute, Siege, Kills und, 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 werden separat einen neuen, ich sag mal, Symbol, ein Icon bekommen, so, dass jeder in der Lobby sofort sieht, okay, das ist ein Pro, das ist vielleicht einer, der viel gegrindet hat, oder, oder. Das ist ein System, was schon lange überfällig ist und wo ich mich wirklich drauf freue, dass es endlich kommt. Und viele von euch zocken den Leagueplay-Modus wirklich wie die Wahnsinnigen und ich gönne euch das auch von Herzen, dass ihr Spaß daran habt. Aber bisher war es wirklich nicht so dolle, dass man da ordentlich gerankt wurde und dass es auch ordentlich angezeigt wurde. Dazu kommt, der Algorithmus wurde geändert, der dafür beiträgt, wenn Partys im Leagueplay spielen, dass die auch wirklich vernünftige Gegner haben, auch wenn es einzeln ist. Bisher haben sie bei Active, bei Treyarch gesagt, es war sehr, sehr schwierig für einen oder für die Entwickler, wenn man zum Beispiel eine Party hat mit einem, der vielleicht top platziert war und in der Party war einer, der schlecht platziert war und einer, der mittelmäßig platziert war, da den Algorithmus dazu zu bringen, dass der ordentlich funktioniert. Davon sind sie jetzt weggekommen, das Problem haben sie nicht mehr, da bin ich sehr froh drüber. Da gibt es jetzt einen besseren Algorithmus, der auch bessere Partys findet, beziehungsweise bessere Gegner für Partys, wenn die Leagueplay spielen. Dazu kommt jetzt der Unterschied, dass demnächst diese Divisionen immer für einen begrenzten Zeitraum starten, man in der ewigen Rangliste eine Extra-Rangliste nur für Leagueplay bekommt, währenddessen die Rangliste für den Multiplayer noch auf sich warten lässt. Wie lange das dauert, kann ich leider nicht sagen, dazu gab es keine Infos heute. Dazu hat man mit den CWL-Jungs, also mit Optic Gaming, mit Luminosity, mit all diesen wirklichen Pros, jetzt Gespräche geführt und da diskutiert, was man alles tun muss und was bisher das Problem ist bei einzelnen Waffen. Es gibt, wenn ihr euch mal CWL-Pro-Leaks angeguckt habt, im Prinzip drei Waffen, die im Competitive gespielt werden. Das ist die SAUG für Close Range, für mittlere Range die Maddox und für Long Range die ICR. Da hat man gesehen, dass man noch einiges machen kann, weshalb sie daran jetzt arbeiten werden. Das bedeutet, jetzt kommen wir auch zum Multiplayer, weil Multiplayer und CWL-Leagueplay ist da sehr nah beieinander. Die KN bekommt einen weiteren Buff im neuen Update mit einer besseren Reichweite, so dass man eventuell die Möglichkeit hat, in Leadplay öfter nach der Maddox nicht die ICR, sondern die KN zu sehen, auch ohne Schnellfeuer drauf. Die Rampart bekommt einen winzigen Buff bei der Reichweite dazu. Dazu kommt für euch vielleicht auch sehr interessant, die Spitfire soll wieder ein bisschen angehoben werden von der Munitionsgröße, so dass man eventuell auch neben der SAUG in Competitive noch die Spitfire demnächst sieht. Weiterhin bekommen wir jetzt für alle Sniper, die wir hier haben, sehr, sehr wichtig, die Paladin hat bisher nur 5 Schuss, ist die stärkste Sniper, die wir hier in dem Spiel haben, aber niemand hat die Möglichkeit, da schnelles oder großes Magazin drauf zu tun. Es wird, das wird jetzt mit dem Update morgen schon kommen, die Paladin wird hochgewertet von 5 Schuss auf 6 Schuss. Das ist der kleine Vorteil, den man jetzt dadurch bekommt. Man kriegt eine Patrone mehr im Magazin. Der Nachteil ist, die Nachladezeit verlangsamt sich dadurch ein bisschen. Erklärt wurde das ein bisschen mit ein bisschen geben, ein bisschen nehmen. Aber ein neuer Operator-Mod soll in der nächsten Operation für die Paladin mit reingepatcht werden, so wie für andere Waffen teilweise. Und bei der Paladin wird es ein Operator-Mod sein, der drei weitere Kugeln reinhaut. Das heißt, ihr habt dann nicht 6, sondern 9 Patronen in der Paladin-Rinne. Für alle, die irgendwie snipen und gerne snipen, es gibt viele von euch, die große YouTube-Kanäle damit haben oder die viel Spaß damit haben, für euch ist das natürlich, gerade bei wahrscheinlich eurer Lieblings-Sniper, natürlich eine gute Info. Dazu kommt es, dass wir endlich den Barebones-Modus bekommen. Der Barebones-Modus bedeutet im Prinzip, ich kann euch genau sagen, was drin vorkommt. Ihr werdet keine Spezialisten haben. Morgen ab 18 Uhr geht dieser Modus online. Ihr werdet keine Spezialisten haben. Ihr werdet keine Gear haben. Keine Körperrüstung, kein Akustik-Sensor, nur den Stimshot. Das heißt, ihr könnt euch nur selbst heilen und das war's. Ihr werdet sowas wie Handgranaten oder Blendgranaten ausrüsten können, aber so wie in anderen CODs früher, könnt ihr das nur einmal benutzen und es lädt sich danach nicht automatisch auf. Das heißt, wenn ihr eure Handgranate genutzt habt, ist sie weg, bis ihr einmal sterbt und das neue Leben habt. Dazu bekommen wir in dem Barebones-Modus die Möglichkeit, so wie später in Leagueplay auch, in einem separaten Modus unsere Spezialistenfähigkeiten nicht durch die Zeit automatisch aufzuladen, sondern nur mit Kills. Zum Beispiel kriegt man den Profit, wenn man 10 Kills gemacht hat. Oder die Battery, wenn man 8 Kills gemacht hat. Aber nicht mehr dadurch, dass man vielleicht 0 zu 20 steht und sich das Ganze automatisch aufgeladen hat. Super Info, finde ich großartig, wurde auch Zeit, es geht in die richtige Richtung. Dazu bekommen wir einen nagelneuen Modus neben dem Barebones-Modus und zwar TDM-Herrschaft. Das Ganze wird folgendermaßen funktionieren. Es geht ca. bis 100. Ihr könnt sowohl Flaggen einnehmen, die euch Punkte geben, als auch Leute killen. Das heißt, man hat TDM und Herrschaft zusammengenommen und in einen zusammengesteckt. Wenn ihr einen killt, bekommt euer Team einen Punkt. Wenn ihr in Herrschaft eine Flagge einnehmt, bekommt euer Team 2 Punkte. So, dass niemand mehr sich beschweren kann, dass jemand nicht die Flaggen eingenommen hat. Jeder kann so spielen, wie er möchte und beides ist zusammengenommen. Das soll erstmal ein temporärer Modus sein und wenn der gut ankommt, wird es ein dauerhafter Modus. Und dann noch kurz für Leagueplay, das habe ich vergessen, das ist vielleicht wichtig. Friendly Fire wird nach wie vor bestraft, aber jetzt anders als früher. Wird man am Anfang von seinem Teammate am Anfang zum Beispiel abgeschossen, geht dieser Schaden nicht auf einen, sondern auf den, der euch abschießt. So, dass zwar das Team nach wie vor damit dann eben Probleme hat, aber Leute nicht mehr so treuen können. Das war im Prinzip alles Wichtige, was wir heute an Infos von Treyarch im Livestream bekommen haben. Ich habe versucht, das so schnell wie möglich und so einfach wie möglich zu verpacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das sind Infos für euch, auf die ihr euch auch freut. Ich persönlich freue mich riesig auf das Update morgen. Vieles geht in die richtige Richtung und tut mir einen Gefallen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Schöne Nacht euch. Haut rein.